Werte Gäste, ganz herzlich willkommen in Davos. Wie ihr seht, es ist Anfang Dezember und wir haben die Traumverhältnisse. Es schneit ständig, sämtliche Kinderländer sind bereits in Betrieb, die Alllifte laufen, auf dem Berg oben haben wir wunderbare Bedingungen für das Variantenfahren. Wir freuen uns auf euch, gebt uns ein Telefon, wir sind hier für euch. Ciao zusammen, ich bin Serena. Egal ob du zuerst einmal auf dem Ski bist, oder jemand suchst, der mit dir im Skigebiet unterwegs ist, oder du einfach deine Renntechnik verbessern möchtest. Bei uns bist du genau richtig, egal ob Kind, jugendlich oder erwachsen. Wir bieten dir altersangepassten, erlebnisorientierten Unterricht. Wir zeigen dir die schönsten Pisten, den besten Pulverschnee und geben dir wertvolle Tipps. Hallo zusammen bei Jonas. Von der ersten Kurve auf dem Snowboard zu dynamischen Pistetricks bis hin zu stylischen Grabs und Spins bieten wir dir alles. In Gruppen oder Privat bringen wir dich auf deinem persönlichen Level weiter. Egal ob auf Piste, in der Halfpipe oder im Snowpark. Wir werden dir eine unvergessliche Zeit in Davos bieten.